Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1, meine Damen und Herren. Ich hoffe, jetzt funktioniert auch alles. Gerade eben war nämlich Katastrophe hier mit dem neuen Setup. Wie zum Beispiel der R2-Knopf, der irgendwie gerade auch nicht funktionieren will. Also ich habe ein Setup, alles klar. Wir machen das jetzt mal auf die Schnelle hier, weil das ging mir ziemlich auf den Sack. Es regnet gleich. Deshalb sollten wir schnell rausfahren. Meine Güte. Komischerweise funktioniert das alles und dann, wenn man es braucht, funktioniert gar nichts mehr. Das ist jedes Mal so. Ich verstehe es einfach nicht. Oh oh. Vielleicht bin ich schon zu spät. Wie wurde das? Das war's. Wie fahren die denn jetzt noch schnelle Runden? Haben sie mich verarschen oder was? Die sind im Regen noch schneller gefahren als Homeloader. Die Strecke ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser, wir müssen jetzt besser klarkommen. Achtung, der Wagen fährt aus. your s im im Gut, erstmal Zweiter, das heißt jetzt natürlich nicht viel, die fahren ja gleich alle raus und werden noch bessere Zeiten fahren. Mal gucken, wo wir dann alle sind, ok, sind wir gerade noch drin, aber wir müssen bessere Zeiten fahren. So, hier 1,7,1 am besten. Okay, das war schonmal gar nichts. Nächster Versuch. Okay, das war schonmal. Trotzdem letzter, brauchen wir auch gar nicht mehr fahren, wir haben auch gar keine Reifen mehr. Aber wir sind nun mal das schlechteste Team, das ist nun mal so. Dann können wir mit der Platzierung eigentlich ganz zufrieden sein. Also ist im Sprint ja mehr drin. Gut, dann sehen wir uns im Sprint wieder, wo es hoffentlich ein bisschen erfolgreicher wird. bis gleich. Champions4 Untertitelung des ZDF, 2020